Hallo, hier ist Sebastian von Reino von vielen und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Cajon. Viele Musiker haben so ein Ding. Das Problem ist, dass die wenigsten Rockmusiker wissen, wie man dieses Instrument richtig spielt und deswegen zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Hier ist Lektion 1. RISE ARIOT